tandavasana ist die tanzhaltung auch die shiva tanzhaltung tandava heißt ja tanz bekannter ist natarajasana eine spezielle form der tänzerstellung aber tandavasana imitiert so ein bisschen die stellung von shiva nataraj die du in den verschiedenen shiva murtis finden kannst nur rat zeigt wie es geht von der aufgerichteten stehhaltung ausgehend beugst du das rechte knie und drehst das rechte knie leicht nach links also das knie etwas nach links du hebst den rechten ellbogen etwas hoch und lässt den hand etwas nach unten hängen du hebst den linken oberarm hoch parallel zur schulter und gibst den finger zu dir hin das ist also die shiva tanzhaltung als variation könntest du noch das knie noch weiter nach links geben so dass da sogar eine drehung dabei ist und du könntest auch die rechte handfläche nach vorne zeigen lassen in abhaya mudra als segensgeste es gibt verschiedene andere variationen die als tandavasana bezeichnet werden nora wird jetzt auf die andere seite kommen eben den anderen fuß auf den boden und eine andere variation vormachen du kannst auch das linke bein nach vorne ausstrecken den linken arm nach vorne ausstrecken und den rechten arm nach oben geben und in deutschland machst du nicht die handfläche nach vorne sondern nur die handfläche nach oben das sind also einige der vielen variationen von tandavasana die tänzerstellungen der indische tanz ist ja sehr ausdrucksstark und gerade auf zwei beinen gibt es alle möglichen variationen gerade wenn shivas tanz vorgemacht werden soll